Okay, mach du mal die An-Mod. Ah, immer so cringe, Alter. Okay, wie mach ich das richtig weird? Okay, ich hab was, ich hab was, ich hab was. Okay, Aufnahme läuft? Beide auch? Ja, ja. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aldi-Varo mit dem Pain. Hi. Uwe. Uwe? Okay, wir join in 3, 2, 1, go. Ich hoffe, das hat sich so Pornos angehört, wie ich das auf meinen Kopfhörern gehört habe. Was wollte ich craften, außer an der Spitzhacke? Sag's mir schnell, ich hab's vergessen. Weiß ich nicht. Ein Hirn. Was, ein Hirn? Ja. Okay, true. Ich glaub... Nee, kein Amboss. Ich hab halt... Ah. Oh, mir fällt's gleich bestimmt ein. Ich wollte mir... WhatsApp mal schließen, wenn ich aufnehme. Craften. Ah, du auch? Ja, schreibt mir in die Kommentare, Leute. Wie oft habt ihr jetzt schon, ja, WhatsApp gecheckt? Es ist passiert, actually, bei mir immer, wenn ich dann schneiden muss. Also troll ich mich, actually, damit selber. Weil, ähm, besonders in der Cookie-Flick... Äh, Cookie-Flicker. In der Cookie-Clicker-Episode, ja. Habe ich, äh, habe ich halt, actually, danach geschnitten und... Also, was heißt schneiden bei mir? Anfang, Ende halt rauscutten, also abschneiden. Das Fleisch. Ähm, und... Halt Musik drunter legen und gucken, dass die Musik einigermaßen passt. Und... Währenddessen, besonders halt bei der Anmode und so... Und halt gucken, äh... Äh, äh... Kommen halt die ganze... Diese Rentier-Geräusche... Von Cookie-Clicker... Ich denk so, die sagten, oh, schnell rüber-switchen. Bist du in der Aufnahme auch immer ausgetappt? Schau bloß nicht mal eine Episode. Oh, nein! Apropos, WhatsApp, Sprachnachricht von meiner Mutter, weil ich eben nicht rangegangen bin. Oh, oh. Oh, oh, no. Oh, no. Ich habe mir geschrieben in 20 Minuten, also... Und dann hat sie dir eine Sprachnachricht geschickt? Ja. Okay, okay, das ist nicht gut. Obwohl, doch, ja, es geht. Dann kann vermutlich eher sowas sein. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Naja, die sind gerade im Urlaub, deswegen... Ah, ich wollte nur Bescheid geben, wir sind sicher angekommen. Nee, die sind schon länger im Urlaub. Ich wollte nur Bescheid geben, wir fahren dann und dann und kommen dann und dann wieder. Äh, Border-Im-Neta gibt es? Äh, möglich? Eigentlich? Äh, nee, ist es nicht, gibt es nicht, glaube ich. Okay, habe ich... Äh, hat nicht funktioniert, weil immer, wenn man die Border im Nether gesetzt hat, äh, hat sie sich in der echten Welt einfach auch umgesetzt, auf die gleichen Koordinaten. Äh, ja, ne nachdem, wie er das halt macht, ja. Naja, also in dem Plugin ist ein Border-Plugin mit drin, eigentlich. Achso, ein Border-Plugin, obwohl es das in Vanilla-Minecraft schon gibt. Ja. 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 Aber ja, das ist die einfachste Lösung. Ich glaube, das ist sogar in Minecraft so gelöst, dass du, äh, die Idee, es gibt keine Border im Nether, besonders halt wegen Nether-Festungen und alles, wenn du halt actually den Nether-Rank killen willst. Ähm. Ja, aber, äh, der Nether wird halt irgendwann closed. Ja. Äh, hier, hier auch? Ja. Okay, wann? Ähm, zehn, zehn Spieler, glaube ich. Okay. Wie viele sind wir gerade noch? Mehr. Okay. Aber was hat jetzt das mehr damit zu tun? Da stoße ich dich gleich rein, wenn du nochmal so einen Joke bringst. Boah, bitte guck nicht meine Folgen, Alter. Guck bitte nicht meine Folgen, damit du nicht siehst, wie oft ich rausgetappt bin. Vielleicht auch bestimmt nicht während des Kampfes. Nein, Alter, das habe ich nicht gemacht. Nee, guck du bitte nicht meine Folgen, weil ich wette, ich habe irgendwo Tiers übersehen. Ey, das ist, das, das, ich glaube, unsere Episoden kann man richtig gut, also sowas halt nebeneinander, wo man letztlich nicht öffentlich hoch. Wow. Naja, wenn jemand meine Sicht haben möchte, kann ich denen die Links schicken. In meinen YouTube-Kommentaren dann, oder was? Boah. Aber, äh. Ich glaube, du bist sogar verlinkt. Ich glaube, ich habe sogar einfach nur dein Twitch verlinkt. Weil, wenn du, glaube ich, irgendwas machst, dann eh nur auf Twitch, oder? Ja, ja. Naja, ich lade halt auf dem YouTube-Kanal noch ganz viele andere Sachen jobmäßig auch ungelistet hoch und da ist keiner cringe, wenn da so ein Video drauf ist. Also jedenfalls ein neueres. Die Alten, die Älteren juckt niemand. Weil die sich halt alle denken, ja, okay, er war jung. Aber wenn ich jetzt so ein Video hochlade... Ne, ja, ja, ah, ne. Aber wenn ich jetzt so ein Video hochlade, denken sie sich auch, oh mein Gott, was ist mit dem los? Hä? Macht der so crazy Zeugs, oder was? Ich? Ne, auf der Arbeit. Naja. Achso, du meinst, wenn du Sachen hier, ähm, von... Achso, okay, ich verstehe. Wenn ich hier jetzt, äh, die Mikrofolgen hochlade und wir... Und dann auf der... Und dann guckt das ein Kunde an. Ist ja auch keiner Quinch. Oh, ich hab Minecraft-Musik an. Hä? Ich hab sie ausgeschaltet. Okay, Leute. Warte, machst du das in Team-Speak gerade? Nein, 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 nein. Hä? Warum läuft Minecraft-Musik? Okay, Leute, ich hab jetzt die Musik ausgeschaltet. Ich mach jetzt einfach keine Musik rein. Ihr kriegt jetzt die Minecraft-Musik. Ich hab's literally ausgeschaltet. Haha. Easy, weniger Arbeit für dich beim Schneiden. Nein, mehr Arbeit, weil ich mich jetzt merken muss, Vergleich, dass ich, äh, an der Stelle hier ja keine Musik mehr einwenden muss. Achso. Dö. Aber wenigstens gibt's halt in der neuen Version Minecraft-Musik für Neta, halt. Das ist halt jetzt hier so voll friedlich. Und ich muss... Oh! Äh, ich würd jetzt schon mal anfangen, Gunpowder mitzunehmen, ne? Mhm. Hab ich von einem Gast bekommen. Ich hab ne Träne aufgesammelt. Das war nicht extra. Ich hab sie weggeworfen. Alles gut. Was ist passiert in der... Nichts. Wait. Nee, nee, wir haben keine Gast-Träne ausgeschaltet. Wait, 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 wait. Wait. Good morning. Wow. Wow. Okay. Ich weiß, woher es kam. Was denn? Albino, bitte strike mich nicht. Hä? Aber was ist mit YouTube falsch? Dass es manchmal halt einfach weiterschaltet, so nach zehn Jahren. So. Ich nehm seit 20 Minuten auf und es ist einfach nix... Keine Ahnung. Ah, vielleicht... Also, wir haben uns gerade eben noch eine Folge angeschaut... Äh, den Kampf angeschaut. Und der hat ja Blackscreen am Ende. Und ich glaub, ich hab das Video weiterlaufen lassen. Äh. Äh. Und auf einmal kommt halt Minecraft-Musik. Was halt noch Sinn ergibt. Und er hat halt einfach Minecraft-Musik. Ähm. In seiner Playlist. Und auf einmal höre ich nur... Grenu von, äh, NecroArc. Und da wusste ich... Wait a minute, irgendwas stimmt hier nicht. Und auf einmal Albino... Good morning, gamers. Das Y wird großgeschrieben in Gamers. Yes. Ja. Ah. Also, ich werd... Die... Kennen sie die Stick-Spitzhacke? Get Stick-Bugged. What? Ähm. Was hab ich gesagt? Achso, du hast Stick-Bugged gesagt. Okay. Ja. Ich hab was anderes verstanden. Weil ich mir ne, äh... Stick-Spitzhacke bauen wollte. Hm. Man kennt sie. Äh, ich bin actually legit jetzt fertig. Jetzt gleich. Mit Schwert auch? Ja. Was? Ja, es ist halt... Quartz-XP-Farm ist halt legit so übertrieben. Du hast jetzt zweimal 29 Level gefahren? Ja. Bruder. Ja, einfach noch kontinuierlich Quartz-Farm. Wo ist das Problem? Weiße, ich bin noch nicht fertig. Ja, ich muss ja eh wieder erstmal den Ausgang finden. Du kannst ja auch vielleicht noch Protection-Bücher machen und so, ne? du kannst auch ausgehen ja wenn ich auf dem rückweg noch das quatsch wie viele dias hatten wir noch in der kiste 3 glaube ich ne ich habe vier stück jetzt noch nach meinem dann haben wir noch nur das heißt brauchst du noch fünf dias ja dann haben wir beide von dir obwohl konkurrenz team hat so geschaut die hatten zwei folgen aufgenommen müssen wir mal gucken da muss ich gucken war und ich habe ich noch nicht gesehen aber die werden auch aber dafür haben wir halt das krasse equipment glaube ich hoffe ich habe auch schon ein profil teil was ich habe wenn ich ein paar level bekommen habe ich noch ein pro treibteil ja ich habe ein port 3 und 2 ich habe eventuell meine hose schon auf port 4 gemacht also ja es ist es ist ein uhr nachts und du farmst quatsch aber ich muss sagen im prinzip ist es ja jetzt relativ wahrscheinlich dass wir nächste folge gegen den snipe oder also irgendwen vorbereiten vorbereiten vielleicht nehmen wir dann halt gar nicht erst mal auf bis wir halt zwei folgen aufnehmen können eine folge um uns vorzubereiten zu snipen genau und dann halt die folge die halt frei ist nutzen um ähm zu kämpfen genau ja genau das letztendliche sniping und kämpfen zu machen so wird es halt vermutlich ablaufen ja sehr wahrscheinlich das gamma auf fünf gestellt ist immer noch relativ dunkel ja du musst gamma auf zehn stellen ja dann ist komplett hell ja habe ich gemacht darf man das nicht doch klar das ist ja auch ein bisschen cringe ich bin nicht cringe ich bin poktsch mal überlegen ob ich mein texture pack zur nächsten folge ändere so ja jetzt muss ich nur wieder zurück finden aus die koordinaten höhe 91 auf jeden fall weiß ich noch das weiß ich auch noch äh ja ich hab's ähm hast mir geschrieben nämlich okay ich muss einfach legit in diese richtung laufen äh ne in die richtung okay ich glaube am besten auch ein bisschen schräg weil sonst gibt es wieder so einen kranken typen wie den alex der alles analysiert du bist da so viele blöcke gegangen ich habe jeden einzelnen block gezählt jetzt weiß ich ganz genau in koordinaten wo du stehst wupsi äh ok ich bin schon beim meta portal ich glaube ich brauche nicht ich glaube ich brauche nicht analysieren wo du bist oh leute ihr bitte schneibt mich nicht oh guck mal da ist da so eine chest welche anspielung war das leute dg wow ich spiel mit dem stake pack v3 als ob ich nicht wüsste was das ist für eine anspielung bruh so äh ja ich bin ready ähm ich baue ab sofort nur noch mit quarts blöcken nice weil das hat stil ich habe einfach 4 stakes so ähm ich meine ich kann schon mal anfangen zu brauen ne 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 erstmal sand holen ne ähm schnell 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 ich würde kurz äh melonen anpflanzen unter der erde ja ok ich brauche noch zwei schabniss bücher und level dann kann ich mir ein schabniss bücher das defeated dann kann man ja komplett öfter schabniss bücher schausch machen jetzt können wir nicht Fatго schabniss bücher und拃 so schwer machen also die Okay Ist es verboten, Blöcke am Portal zu setzen? Was für Blöcke? Also wie, inwiefern? Du darfst das Portal nicht zubauen Ich hab's nicht so gebaut Ich hab einfach nur dafür gesorgt, dass man nicht feststellen kann, welchen Grasblock ich abgebaut habe Und hab quasi überall Nether Rake platziert Das ist okay Okay, okay, okay Okay, alles klar Dann, ja, dann mach du die Unmod, da du die Unmod gemacht hast Ja, also wenn's euch gefallen hat Dann schaut Oh wait, ich nahrt gar keine Folgen hoch, scheiße Also wenn's euch gefallen hat, dann schaut bei einem anderen Teilnehmer Oh, scheiße, ich lade auch keine Folgen hoch Okay, wenn's euch gefallen hat, schaut ein anderes Video von mir Ich hab gehört, in Age of Empires 4 bin ich voll gut Ich lade kein Age of Empires 4, Moment Schaden Fuck Isaac Okay, seid bei der nächsten Minecraft Season dabei Ja Ähm Minecraft.de, glaub ich Einfach bei Google, da steht die nächste Season Und ansonsten Wenn's euch gefallen hat, gebt ein Like Und ein Abo Twitch Prime ist kostenlos Ciao Ciao Uwe? Uwe?